ja äh ja hier fehlt die challenge du bist doch so ein mongo ey ernsthaft ey du hast das doch angezündet kein stück ach lol ich wusste nicht dass die feuerbelle dass man damit boten anzünden kann ohne witz jetzt geht nicht oh jetzt sagst du timing das wusste ich echt nicht ja ja die fungieren ja wie ein feuerzeug alter hä wie soll man das schaffen warum brennst du die scheiß sachen da ab das eis ist so heiß das bin ich nicht das finischt dich das bin ich nicht ja das weiß ich aber auch schon alter sprung ist sauhässig ja wie du hehehe hahaha aaa milligrams kubi hh oh man hh 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 Du lachst, Alter. Der Winz ist lustig. Ich finde das toll traurig. Ich soll einen Blitz treffen. Alter, der Sprung geht doch nicht. Er ist sauschwert. Das ist wie der eine dieser Fallsprung, der nur Kalle geschafft hat. Er ist für Kalle bestimmt. Ist halt der Mongo gewittert. Da sollten wir uns Regenjacken einziehen. Oh, ich war fast drauf. Fast drauf. Regenjacken sahste? Ja, Anoraks. Okay, Moment. Holst du jetzt eine Lederrüstung? Nö. Eine blaue Lederrüstung. Alter, du hast es gesehen. So, ich habe meinen Anorak angehört. Nein, ich habe den geschwissen. In stilistischen Farben. Oh, nein, nein, nein! Oh, nein, nein! Wo? Oben. Hab ihn, hab ihn, hab ihn! Fehlt aber noch so eine Kappe eigentlich. Scheiße, wie scheiße das aussieht. Ne rote Kappe, ne rote Kappe. Oder so eine ganz gelbe Rüstung und so braune Stiefel eben so. Jo, warte mal. Ich mache mir jetzt ein Regen-Outfit noch kurz. Das muss ja sein, das ist ja lebenswichtig. Was sagst du, wenn ich ein Challenge jetzt schaffe? Äh, dann... Dann weine ich. Okay. Dann müsstest du aber ganz kurz, äh, ganz knapp vor den Tränen sein, ne? Hast du den Sprung geschafft? Echt jetzt? Ja! Aua! Faggot. Hör auf! Jetzt bin ich schon wieder ausgeflogen, warum? The fuck? Es steht immer noch Friday, 3rd and Abel! Ich flieg doch gar nicht! Hä? Soll ich dich geschlagen hab vielleicht? Jetzt hab ich meine 70 Level nicht mehr! Iiiihihi! Trete mal das Spiel! Trete das Spiel! Alter! Gesundheit! Danke! So schnell konnte ich das jetzt nicht muten! Danke, ey! Das hat mich einfach zu doll überrascht! Findest du mich sexy? Das war ein Regen-Outfit! Wow! Alter, wie kann man so schlecht sein? Ich bin ganz schön traurig! Alter! Hör auf! Ich hab sau wenig Leben! Ich hör schon damit auf! Keine Pfeile mehr! Mann! Du darfst mich gar nicht mehr trollen! Ey, hör auf! Mann! Ich überspringe wie Alex! Kannst du den Tipp geben? Nö! Ja! Ja, welchen denn? Du musst ähm... Challenge von der Seite machen! Spaß! Tau, alter! Ne, du musst ähm... Von hier... Und hier so... Ah! Ah! Klar! Anhalten, oder wie? Ich weiß gar nicht! Kann man den... Kann man den... Äh, von hier auf jeden Fall! Ähm... Du hast die so... Wirklich von Kante zu Kante springst! Also von dem hier... Rennen und Rennen! Also... Naja, ich... Krieg das nicht hin! Es ist auch zur Zeit auf... Aufreibend und... Wendig! Unnötig! Du bist eh nur neidisch, dass du nicht so ein cooles Regenort fährst! Wow! Der ist tricky! Was? Der ist einer übelst tricky, ey! Hast du jetzt gebufft? Ich hab nix gebufft! Ich hab das da gemacht! Krass! Ja, ja! Ey! Und dann fällt er runter! Weißt du? Und dann ist er doch so räudig! Wow! Wie's ihn wegkatapultiert hat, ne? Ja! Mega! Wie so ne... Wie so ein Kanone! Wie so ein Faggot! Ein Faggot! Ja! Ey komm! Ey! Ohne Witz! Ich will mein Level behalten! Bin ich voll stolz drauf! Weißt du? Hast du Glück, dass es... dass es regnet, ne? Boah! Headshot! Ja! Alter! Meine Lederrüstung! Soll ich dich TP'n? Nee! Von dir will ich nicht TP'n werden! Ich hab dich schon TP'n! Das ist nur weil du angefangen hast! Dann musste ich meinen Bogen enchanten! Wie viel hab ich dabei?! Das ist ein Adventure! Da darf man nichts mehr mehr haben! Alter! Nico! Du hast doch Kacke im Kopf, ey! Du bist doch richtig... Ja Shit, Mongo! Da hinten liegt ein Zeug! Nee, echt? Ja, doch! Okay, ich töte dich nicht mehr! Außer du greifst mich an! Dann töte ich dich nicht! Also außer du versuchst mich zu töten! Zum Beispiel mit Billardkugeln oder so! Mit Balls! Findest du es blöd, dass du dein Level nicht mehr hast? Ja! Ja, das fand ich auch blöd, als du mich gekillt hast! Ich geh mich jetzt umbringen! Ich mach jetzt Suizid! Ich hör mir doch auf jeden Fall! Und dann macht er die Challenge, ey! Wie ein stinkender Molch! Wie er Bier trinkt! Da weißt du... Dann kommt er so... Ey, nicht töten! Nicht töten! Und dann... Pam, kam! Blablablablabla Dann rührt er sich die Challenge in seinem Eiertopf rum, ne? Ohohohoho! Du bist so schlecht, ey. You're doing nicely. Was machst du, oder? Eisschmelzen. Boah, ich bin drauf. Nee, hör auf damit, hör auf damit. Da bin ich auch drüber gesprungen. Nein. Alter. Wie kann man so schlecht sein? Das war zu viel Stress. Leistungsdruck, ne? Ja, auf jeden Fall. Kubidruck. Kubis Druck von hinten. Ist das Schlimmste? Druck, Alter. Du rollst immer Köter, du. Kubis Druck von hinten. Mein Pressluftbohrer war, dass der Druck ausgeht. Ich will nicht wissen, was du mit Pressluftbohrer meinst. Ja. Oh, weißt du was geiles? Guck mal, die zweite Ebene ist geschmolzen, aber der erste nicht. Ja, geil. War das. Tönt dich voll an, ne? Was machst du der Season jetzt auch? Ich schmelze jetzt einfach nur noch Eis. Der Season ist so geil, ey. Es bockt sich richtig. Ja, aber voll krass, weil Laser hat schon mal gar keinen Bock mehr auf die Season. Echt, warum? Keine Ahnung. Hä? Echt jetzt? Irgendwie, weißt du, er sagt halt, ähm, das ist alles, was nur in der Season. Nein! Hätte, was wir machen könnten, ist halt schon gemacht worden, so weißt du. Never und dann irgendwie was kleines Bauen, aber da fehlt uns. Weil er ist ja selber schuld, wenn man da so durchrushet, ey. Ich bin immer noch dabei, mein Haus zu bauen, ich hab noch keinen einzigen Diamanten. Ohne Scheiß. Ich bin da schon farmen gegangen, wir wollten, ähm, ein Schwert machen, ein Verteidigungszeug. Aber ich, ich, ich mach das so, ich, ich wollte sowieso erst alles Zeug, ähm, äh, erfarmen und so, holen. Und dann, ähm, fang ich halt an, ganz friedlich mein Haus zu bauen, weil ich brauch halt, ähm, Ich mach das umgedreht. Ich brauch halt das Zeug, um die Ressourcen zu beschaffen. Achso. Weil ich will... Mir macht's auf jeden Fall mega Spaß. Ich will, ich will die, mir auch, auf jeden, ey, mega geil. Macht so viel Bock da was Schönes zu bauen und auf der Insel, das ist saugeil. Ich find's halt auch, ähm, also bei mir im Team, also, Peppy, Peppy, ich, ähm, ähm, also Peppy, Nils, Alex und ich, wir haben ja so, wir sind so, wir passen alle so, weil ich so teammäßig richtig gut zusammen ist, so vom, äh, vom Humor her. Ja. Also alles richtig chillig. Na, ist ja bei Can und Kallo und mir auch so. Ist ja bei, bei euch auch so, ne? Habt ihr es geschafft? Ja. Nice. How to jump on doors like a boss? Du bist doch. Like a boss, ne? Scheiße. Geil. Das wusste ich gar nicht. Echt? Nee, das kannte ich echt nicht. Ist ja mega geil. Ja. Das kannte ich echt nicht. Okay. Johnny Boy ist online, sollen wir jetzt fragen, ob wir auf einem anderen sind? Nee. Komm, ey, weißt du, das ziehen wir jetzt noch bis Level 50 Minus. Ja gut, dann hätten wir bei uns zum Moppen. Dann müssen wir uns nicht Moppen. Ja, stimmt auch wieder. Nee, nee, weißt du, da jetzt bleiben wir so. Schreib ihnen, also komm, damit wir Moppen können. Wenn dann auch ehrlich sein. Wir schreiben, deine Mutter ist stinkig auf Magi-Pupse. Stinkig auf Magi-Pupse, was? Ja. Hast du das gerade echt gesagt? Ja. Boah, wie gay. Boah, ich brauche dich, Alter, gar nicht. Ich auch nicht. Du bist doch schlecht. Nein. Doch. Wie, einfach. Du auch. Weil man nichts Bestes zu tun hat. Du hast das Gleiche, gell? Ja. Alter, ich spring dir nie. Das ist gar nicht so einfach. Ich spring dir erst mal, ähm, ja, rüber halt. Ne? Weißt du, das ist gar nicht so einfach. Und er macht's. Ja, klar. Ist ja auch einfach. Jeremy Pascal, ey. Ne. Boah, 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 boah. Da hast du gerade den, den Hund am Po gekratzt, ne? Oh ja. Musste ich gleich noch Orgasmus von haben. Mein Brustpanzer fehlt. Du Schwuggele. Was mit dem? Binst du? Den hast du geklaut, würd ich mal meinen. Ne. Doch. Oh, doch. So weit, ich weiß nicht. Ich muss erst mal kurz den Inventar sortieren. Weil irgendein Faggot hat mich gekillt und... Hm, wen meinst du wohl? Can, glaub ich. Ja, gell. Can, der Mongo. Der spinnt doch. Ist voll der Sack, ey, weißt du? Echt, mein Übelst der Kuppenlutscher ist das. Kuppenlutscher, ey, geil. Boah, ich packe erst die Sprache nicht. Hä? Ich schon. Hä? Nein. So, gell. Nein, 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 nein. Na, oh. Nein. Warte. Zeig dir mal, wie man das eigentlich professionell macht. Erst mal kreativ gehen? Nee. Warte. Guckst du dir an. Jetzt bist du pappt, gell. Bist du, du bist nicht im Kreativ? Nein. Aua! Hä? Wie geht das denn? Ah, mit's Magical! Nee, ernsthaft, wie geht das? Also, das darf ich dir nicht verraten, sonst. Ich dachte, das ist wirklich ein ganz dunkles Lied. Oh, nein, ich dachte, das war so. Es regt mich so ein ganz dunkles Lied, wenn ich hier meine Geilnis auspacke. Ich bin nämlich in Wirklichkeiten Magier. Oh, ihr Nudeln. Oh, nee, jetzt ist er echt da. Bist du halt voll, Horst? Wir sind in der Aufnahme. Ah, cool. Hey, John. Willst du mitmachen, Adventure-Map?